hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen tag und zwar werde ich heute in diesem teil die unterverteilung anfangen beziehungsweise wahrscheinlich die unterverteilung so fertig machen ich werde mich in diesem fall jetzt nicht an die 18 015 handeln also quasi die mindestausstattung da ich jetzt oder so schon ein bisschen was mehr drin habe an steckdosen und lampen als eigentlich gefordert sind beziehungsweise in der küche zum beispiel keinen fernsehanschluss gemacht habe was ja eine 18 015 drin steht ich aber eigentlich als schwachsinnig empfinde heißt also für mich ist das so dass wenn ich jetzt einen kunden habe der möchte jetzt da und da irgendwas haben also was weiß ich jetzt der möchte jetzt an der stelle steckdose haben dann kriegt er auf dieser position der steckdose wenn er sagt ich brauche und weiß ich in der küche nur drei steckdosen da nur drei steckdosen dann muss ich jetzt nicht noch ein fernsehanschluss hin machen und genau das war es soweit und wir fangen jetzt einfach an so um anzufangen haben wir ganz genau wie wir die anderen unterverteilung auch schon gemacht haben hätten wir hier auf neuen verteiler nennen den einfach einen namen und das ist jetzt die uvg also das erdgeschoss quasi das obergeschoss also die zweite etage werde ich einfach so planen also beziehungsweise halt so einrichten das komplett alles quasi voll ist wenn ihr das zum schluss sehen wollt beziehungsweise ihr seht das ja dann sofort sobald ich das dann in inform einlade und über inform halt wie soll ich sagen ein angebot erstellen lasse genau und jetzt klicken wir hier auf unsere verteilung dadurch dass ich in diesem fall jetzt wie gesagt nicht nach vde 0 also 18 015 an arbeiten möchte werde ich hier auch eine andere verteilung nehmen und zwar werde ich hier einen zählerschrank benutzen die klingt jetzt erstmal so als wäre das überteuert weil die zählerschrank ist ja welchen teurer als ein feldverteiler oder eine kleinverteilung allerdings muss ich ja sogar so eine vierreihige unterverteilung haben und in diesem fall also zumindest in der unteren etage also im erdgeschoss möchte ich mein möchte ich noch die steckdose für die daten verkabelung haben also quasi mein router und ich sag mal noch eine festplatte und was weiß ich nicht was rein tun heißt also ich brauche etwas mehr platz das heißt also ich nehme ein zählerschrank zvh trocken mit einstöckig drei felder drei felder dürften eigentlich reichen kann man hier aussuchen welchen ich haben möchte dadurch dass die 1250 ja nur noch verwendet werden dürfen nämlich auch an 1250 aber ich denke mal dass die billiger sein werden als die kleineren davon genau kann man hier auf ok gehen kann man hier auch direkt quasi zeichnen so groß wird meine unterverteilung hier sein im verhältnis zu dem raum ist das natürlich viel wir gehen auf 0,2 von weg also 20 zentimeter sollten auf den verreichen können uns das ganze jetzt wie immer in 3d mal schnell angucken wie das aussieht so sieht jetzt meine unterverteilung hier aus wir können kurz rendern sollte auf jeden fall reichen wie gesagt sind jetzt drei felder drin ich werde wahrscheinlich ein feld nur für die sicherung gebrauchen und dann eventuell zwei aber das kann ich ja später noch ändern wenn ich nun zwei feldringen brauche werde ich das noch ändern zum zweifeldringen aber so in etwa sieht das dann später aus gehe hier in meine unterverteilung rein sagt dann stromkreis einmal neu bitte und zwar habe ich eine einspeisung mit absicherung mit 40 ampere muss noch mal kurz gucken aber ich meine das waren 40 ampere wir klicken auf hinzufügen genau tms netz ist richtig können hier auch mal schließen gehen hier auf den anderen verteiler klicken erst mal auf ok speichern genau und zwar müssen in den zählerschrank reingehen und genau ich habe 40 ampere abgänge gemacht das heißt also ich werde jetzt auch wieder und 40 ampere zuleitung machen müssen klicke auf ok ja ich möchte zeichnen jetzt kann man hier quasi anfang und zwar müssten wir hier einmal auf neu machen und zwar war hier genauso wie hinten auch einen überspannung schutz nicht doch in überspannung schutz hier und zwar kann entweder sagen wir nehmen den hier als generellen finde ich nicht so schön wir nehmen hier vorne den 4 plus 1 mit 63 ampere klicken hier auf hinzufügen als nächstes brauchen wir dann ja es beziehungsweise ich werde die fls schalter benutzen müssen kurz suchen wo haben wir es also quasi den hier mit 16 ampere ist in ordnung kann jetzt hier sagen dass ich den rcbo mit 30 milliampere haben möchte kann man auf ok klicken kann man hier rein theoretisch schon auf schließen gehen allerdings habe ich ja noch mein herd mein herd braucht einen dreipoligen anschluss fünf adern und mit 32 ampere kann man also auf hinzufügen gehen und ab dann quasi mein herd hat auch schon mit drin kann den natürlich jetzt darüber nehmen also kann sie einmal getauscht genau habe ich auch schon jetzt sehen wir schon dass es 1243 ist da können wir hier wieder auf ändern gehen auch sicherung und die sicherung aber tauschen und jetzt aber die stromkreis liste noch traurischen da weiß stromkreis neue stromkreis liste und es ist alles wieder richtig das kabel können jetzt natürlich auch noch ändern kabel 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 kannst du mir ändern müssen beim anderen sondern noch ändern und zwar so genau ich habe jetzt in meinem projekt jetzt geplant dass ich eine zentral heizung im keller habe in keller habe ich jetzt natürlich noch nicht geplant wird auch nur ein ich sag mal sehr kleiner raum mit unserer seiten kleiner raum wo ich halt ich sag mal ein paar sachen lagern kann ein paar essen sachen lagern kann und zum anderen halt die heizung stehen haben stehen habe quasi zwei kleine räume die so ungefähr so groß sind wie die garage habe ich mir so vorgestellt wie ich da hinkomme wahrscheinlich von der garage würde ich sagen dass ich da irgendwie noch eine treppe von hier aus runter machen weil hier die treppe hoch geht heißt also ich könnte hier noch eine treppe runter machen wäre ich denke mal alles machbar oder halt kein problem und in meinem fall brauche ich jetzt nicht nur eine steckdose also eine sicherung für steckdose sondern machen ein paar mehr dadurch dass ich halt die küche habe das war jetzt ein herd durchlaufer jetzt da brauche ich jetzt in meinem falle nicht ansonsten müsste ich ja 21 kW durchlaufer jetzt noch ja quasi mit einplan da würde ich auf jeden fall hier mit meiner sicherung gar nicht hinkommen und also mit der einspeisungssicherung genau kann jetzt quasi einmal sagen was ich als alles haben möchte und zwar hätten wir hier dann das gästezimmer und hätte jetzt sogar schon fast so gesagt dass ich die das badezimmer mit auf die gästezimmer wird mit auf dem gästezimmer stromkreis drauf habe das heißt also ich nehme eine stecke als eine zuleitung für die beiden räume sollte auf jeden fall ausreichen dadurch dass ich im badezimmer nur eine steckdose habe und im gästezimmer habe ich zwei steckdosen geplant und halt neben raum eine kleine lampe beziehungsweise eine lampe sollte eigentlich auf jeden fall reichen können dann hier auch nach unten gehen damit haben wir jetzt stromkreis machen da gehen wir jetzt einfach nach oben da kann man jetzt aussuchen den außenbereich das bedeutet also jetzt in meinem fall dass ich dir die schalter bis die lampen im außenbereich machen werde mit einer da kann ich die die das licht und die steckdosen eigentlich zusammenfassen klicke wieder nach unten als nächstes haben wir dann die küche da werden wir zwei steckdosen stromkreise für nehmen als nächstes hätten wir dann hier die das esszimmer also essen dann haben wir noch das wohnzimmer als nächstes hätten wir noch das arbeitszimmer eine toilette aber hier und auch noch toilette und den flur nehmen wir auch zusammen flur im flur ist eine lampe drin können wir noch das werfen jetzt noch mal schnell ob wir jetzt alles haben schiebe ich mal ein bisschen also wir hätten nach stimmt den hobby hobby brauchen und zwar habe ich meine ich jetzt mit hobby halt hier hinten die den bereichen wollte eine dusche drin ist mit einem badezimmer also quasi kleines badezimmer und halte theke mit drei steckdosen nicht schalter im gräber natürlich nichts hier dann außenbereich haben wir quasi mit außenbereich gästezimmer der bereich und dann haben wir auch mit geplant die küche haben wir zwei steckdosen stromkreise hingemacht beziehungsweise hat den herd noch da hätte ich das jetzt so gesagt dadurch dass ich habe ja nur sechs steckdosen dass ich halt die drei hier machen die drei hier machen durchschlag jetzt habe ich ja gesagt brauchen nicht ich habe trotzdem ein steckdose für ein untertischgerät hinzugefügt was ja heute wird auch einzeln legen untertisch gerät genau brauchen wir noch ja mikrowelle mikrowelle und kühlschrank nehmen auch mal auf ein ok ok somit hätten wir jetzt quasi alle kabel für den unteren bereich jetzt in meinem fall fertig wir könnten jetzt natürlich jetzt die ganze verkabelung und direkt machen das werde ich aber offline machen also quasi ihr werdet das nicht zuschauen bzw werdet das eventuell zeitraffer sehen werde ich mal schauen was ich mache wie die kabel verlegt werden habe ich in einem anderen video bereits gesagt das was wir jetzt noch für die unterverteilung hier brauchen ist halt hier projektmanager die 502 haben wir ja auch schon für den zähler also heißt das ist jetzt die 503 können wir auf öffnen gehen gehen hier noch mal hin und können dann auch direkt ändern und zwar ist das die vg können wir auch auf ok gehen dann werde ich hier einmal aus welche unterverteilung ich quasi nehmen möchte und zwar war das ja jetzt hier die uvg der folge modell muss gespeichert werden ja da habe ich dann gerade eigentlich genau aus schiff und es drücken werden wir jetzt noch mal aus genau verteiler den haben wir ausgewählt können dann hier auf unsere liste gehen noch mal eingeben was wir haben wollen noch mal ok und zwar wollen wir ein hochformat haben eine einpolige darstelle eine altpolige darstellung der stromkreis liste und ein kabelklemmenplan deckler einpolige stromkreis drücken auf ok der macht mir jetzt alles quasi fertig weil ich das eigentlich brauche ich kann mir die sachen alle noch mal angucken das ist jetzt das deckblatt wie gesagt adress und so steht ja nicht dabei ja sieht schon mal ganz gut aus hier die erste seite die zweite seite sieht auch schon ganz in ordnung aus jetzt haben wir die altpolige darstellung als nächstes die er uns öffnet die können wir auch nochmal schnell durch skippen sieht auch eigentlich ganz gut aus hier haben wir nochmal unsere stromkreis liste drin und unseren kabelklemmenplan heißt also wir haben alles fertig in dem bereich das heißt ich gehe jetzt hier oben auf diesen gerenderten also auf mittleren damit öffnet sich meine ich sag mal unterverteilung ich gehe jetzt hier drauf dass ich einen einsatzbau einbausatz haben möchte für den 10 50er und zwar möchte ich einmal die sieben reihe haben klicke hier auf ok hab die falsche unterverteilung genommen sehe ich gerade steuerung schrift es nochmal drücken und verteiler und hier sind sogar dreiviertel in deutschreich haben so nochmal alles speichern genau dann brauche ich den in sieben reich und setze den hier vorne hin und für die anderen dadurch dass ich ja nicht mehr als sieben reihen bräuchte denke ich mal zumindest werde ich die restlichen sachen mit dem baustein einfach zu machen leere gehäuse ne einbauer 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 nein kleinverteilung nein baustein für reserve geschlossen brauchen und zwar nehmen wir doch einfach mal die 600er und machen quasi den rest zu ich meine der müsste sein genau also 12 hier hin und für oben dann gehen etwas längeren klicken wir noch mal rein bausteine diverse und zwar bräuchten wir jetzt die 600er und machen quasi den rest zu wie gesagt ist jetzt reserve was ich im endeffekt ja das rein bauen werde ist auf die eine seite beziehungsweise hier oben hin wahrscheinlich unsere zähler also quasi unsere wie soll ich es nennen ja auch einmal den netzwerk teil dann den sat teil werde ich da auf jeden fall einbauen werden ja und das war es dann eigentlich also die beiden teile müssen halt noch mit in den schrank rein dann hätte ich jetzt gesagt auf der linken oder auf der rechten seite den einen teil und auf den anderen auf der anderen seite den anderen teil so dann gehen wir hier auf bauteile zeichnen fangen hier natürlich mit f1 an das ist jetzt die einspeisung ok normalerweise würde ich jetzt hier keine sicherung mitnehmen weil ich habe ja eine vorgelagerte deshalb gehen wir hier nochmal in unsere liste rein und können hier einfach das bauteil ausschneiden klicken hier wieder auf ok ja ja soll einmal speichern bitte so speichern und dann hätten wir hier f2 damit fängt es an das ist unser überspannungsschutz den setzen wir nach unten und dann fangen wir an mit dem herd können hier immer auf zeichnen immer darauf achten dass jetzt zeichnen nächstes bauteil an ist können dann jetzt hier hingehen und quasi alle sicherungen einsetzen oder einbauen genau wenn wir damit fertig sind haben wir hier quasi unsere unterverteilung schon fertig zumindest geplant und und das jetzt noch machen könnten eine steckdose hier quasi einbauen für unseren für den bereich das heißt also wir gehen hier auf bauteil zeichnen gehen hier auf man war so diverse bauteile muss das sein neu hinzufügen wo war es denn jetzt neu so nicht steckdosen steckdosen drucktaster nein schalter mit steckdosen diverse mit steckdosen datenlose einfach nein also nehmen wir die ganz normal dieser steckdose hier hinzu gehen auch hier auf zeichnen okay hat jetzt keine kein bauteil name aber nur damit wir wissen dass wir hier was hinzufügen können die steckdose wird jetzt natürlich in unserer stückliste mit übernommen ja was wir natürlich auch machen könnten es sind jetzt noch mal ein paar sicherungen dazu wenn wir jetzt noch welche als reserve da einfügen möchten oder generatoren oder schütze oder ein relais hinzufügen motor messgerät oder zähler wenn wir noch einen zweiten oder noch zähler halt da drinnen brauchen der hat kein elektron zu kein gereichter sein soll sondern hier hat bei diesem ganz normaler messgerät natürlich melde anrichtung gibt es gibt ja noch andere zähler die wir eventuell einbauen könnten die wir jetzt quasi nehmen könnten ich drücke auf abbrechen werde das hier vorne nochmal löschen weil das sieht hässlich aus das brauche ich nicht und und kann jetzt hier durch schreiben kann ich hier einmal machen wir hier unten eine steckdosenleiste quasi hin hier und hier was weiß ich brauchen ja nicht so viel dann können wir noch hinschreiben dass hier auf der einen seite netzwerk hinkommt und auf der anderen tv das heißt also jetzt dass ich rein theoretisch hierfür alles geplant habe für den bereich können nochmal auf speichern gehen genau dann würde ich sagen was das mit diesem video es hat mich wieder gefreut dass ihr zugeschaut habt oder ich hoffe ihr habt auch was gelernt freue mich auf jeden fall wenn das nächste mal auch wieder dabei seid und würde sagen bleibt gesund bis zum nächsten mal tschüss bitte k k Untertitelung des ZDF, 2020